und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal wie schon im titel gesehen habe gespielt wird man wieder ganz also ganz oldschool sage ich jetzt meine runde kurs ich habe seit langem kein kurs mehr gespielt das heißt ich bin nicht nur gerade nicht der beste ich habe in letzter zeit ziemlich viel ausgespielt deswegen ist es heute mal wieder eine abwechslung weil du wenn du halt mit jemandem also wenn du halt video haben willst wo du ziemlich viel reden musst du zu sagen es gab es halt ziemlich doof war da die runden meistens relativ kurz gehen hat eben ein spiel heute mal kurs und ja da können wir gleich zum ersten chor und zum ersten punkt und zwar soll ich wieder mehr kurs bringen können wir gerne mal in die kommentaren fragen ob ich wieder mehr kurs bringen sollen weil ich glaub das kam immer relativ gut bei euch an ich habe derzeit in letzter zeit nicht so oft gebracht wenn man immer helfen würden weil das auch alles deutlich einfacher das beseitigt der ist auch beseitigte ich fahre mir eigentlich genau ich kann gar nicht gescheit zu reden nett mit mir hallo hilfe kommentare ich kenne die leute in- und auswendig ich lebe immer noch wenn ich komme wenn ich kann komme ich gleich mal zu probieren gleich mal das thema anzuprobieren ich bin gefahren gut auf jeden fall das erste das erste was ich eigentlich alles sprechen wollte ich habe 13 kids gefahren m ist dass ich ab nächster woche mittwoch wieder zehn irgendwie ein paar also mit mindestens eine woche also donnerst das wieder am donnerstag ist wieder am samstag wie am donnerstag das video am samstag das video am dienstag und donnerstag glaube ich auch noch er wird vor produziert sein weil ich da halt nicht daheim bin so sind beide darin an unserem call ist einer es gefällt mir gar nicht dass er die videos halt an den paar tagen sind an den partner also an den tagen sprachen lernen sind die videos halt vor produziert weil gesagt habe ich nicht zu hause und dann ist es eher und nicht gerade arg sinnvoll da die wieder keine videos zu bringen weil wenn ich schon so wenig wie das sage ich jetzt mal bringen dann sollten die da auch regelmäßig regelmäßig komme ich bagge im blog hallo erst kommt die was machen er hinter mir er tötet mich lol auf jeden fall dann zweite punkt ich wollte eigentlich am samstag high pixel aufnehmen ich gehe so ganz geklärt auch ein pixel über voll motiviert jetzt aufnehmen jay und dann steht da skyblock ist und die vor vip ich dachte mir so alles klar mutiger was ist das sein problem also das problem von high pixel und jetzt ist es so ich glaube weil high pixel weil skyblock so überfüllt ist das hatte heute morgen ich nehme das video jetzt dienstag morgen auf am da waren 8000 leute 8000 leute haben wollten skyblock spielen oder haben gerade skyblock gespielt kann ich schon irgendwie verstehen wieso die das nur für vip gemacht haben aber ist halt ziemlich doof weil jan und ich habe dann schon ziemlich viel zeit reingesteckt und diese zeit komplett weg weil wir können nicht mehr spielen deswegen kann ich jetzt auch erstmal kein kann jetzt erstmal auch kein skyblock mehr bringen sondern dann würde ich samstags er würde ich samstag ding springen auf dem server von jan und mir das ist von david guten ausfänger das sind so dass die jahre haare haare klatscht hatte ich klatschig gerade hart rein der Gix ja ich habe schon gesagt dass da kann ich kein skyblock mehr bringen weil es halt nicht geht das heißt ich werde höchstwahrscheinlich da dann das projekt bringen hoffe ich habe ihr aber auch nichts dagegen könnte mir gerne in kommentaren schreiben ob ich da das projekt bringen soll oder halt nicht also wie gesagt ihr könnt ihr schreibt mir gerne in die kommentare ob ich das projekt samstags bringen soll oder ob ich skyblock bringen soll wenn es wieder funktioniert und meine mates haben nicht so den sinn davon verstanden von kurs ich habe mir eigentlich die hoffnung gemacht dass jetzt hier relativ gute mitspiele habe aber er geht halt alleine rein was soll man da machen in dieser pfade der rasierten den uns hat alle komplett hier genommen und zwar so knallhart die ehre entwendet ja mein freund junge wie spam die ja und dann wollte ich noch ansprechen oder nicht ansprechen aber es könnte mir gerne mal in die kommentare schreiben ob ich so sozusagen so komme ich komme die artig gestaltet ob ich so komme die artige videos machen soll also wo dann irgendwie so ziemlich viele clips drin sind ich kann euch hier mal ein paar einblenden wie ich mein und das dann halt ziemlich oft also nicht ziemlich oft aber ziemlich ob ich da halt mehr ob ich das mehr so ob euch dieser stil sozusagen gefällt dass ich dann da so clips einblende euer moin wenn ihr mich lässt ah ja danke dafür die haben den von kurs aber auch nicht verstanden also nicht wirklich gefühlt ich wollte einfach nur kleines info video machen wobei ich dabei kurs spiel daraus wird aber wohl nix so lust wie sind also sie haben glaube ich schon keine schlechte cps aber der rest halt der sinn sie rennen allein auf dem chor helfen nicht das macht halt das ist halt ziemlich unsinnvoll wenn ich das so nennen kann und als letztes eigentlich wollte ich noch sagen ich werde den fehler noch mal stream weil alle die im stream dabei waren wissen ja dass es am anfang sehr chaotisch sagen jetzt mal war also ich habe am anfang nicht viel hinbekommen und dann deswegen will ich da noch mal stream dann weil ich das dann alter wie sie spämen weil ich das dann da einfach besser hinkriegt es war am anfang ziemlich chaotisch dann hat es noch gelegt das haben wir wollten will ich bis dahin dann alles gefixt haben das wird irgendwann am ende der ferien sein da werde ich euch da noch genau das datum geben ja das soll es eigentlich ja schon mal wieder gewesen sein aber ich kann es wieder nicht also ich kann schon aber ich mache ich breche das wieder ziemlich mittendrin ab weil ja junge bewachen mich wirklich wirklich mc popcorn mr popcorn nicht dein ernst oder und er schwitzt mich zur tode ich glaube entweder entweder er hält oder abstand von dem ok nicht mehr schade kriegen die jetzt endlich mal den scheiß kota abgebaut oh mein gott ich habe ihn gekillt ich habe in acht minuten das video geht jetzt zehn minuten in der zeit habe ich einunddreißig kills gemacht das muss man immer reinziehen 31 mal habe ich leute getötet stets die 1 ich habe mit zwei ok die momentan tötet nice und ich bin heute auch mit beiden kleinen unterwegs weil ich es kann und weil wir dann auch mal meine tasten seht was ich hier so macht cps oben links dieses ding da diese kies turks und wie das heißt ich weiß es nicht genau aber meine mails sie kriegen nichts hin und die die anderen können nichts außer sparen ich bin heute auch mal ohne tech unterwegs weil ein paar von meinen freunden fand das nicht so nice hat jetzt ernsthaft gerade gefühlt zehn jahre hier sich seine dumme rüstung gekraftet ja hatte warum sind meine mails immer so kacke wieso können die mich da nicht einbauen wir kommen runter dann kann ich dich nicht wegboxen wo kommt der lang und der drüber wird oder der geht da lang so war er hat man schon eine krasse kombo gegeben alter krass eisenschwerter oh mein gott er hat mich gekillt oh mein gott ist der krass junge ich will diese dumme runde doch nur ach und weil ich ja vorhin gefragt habe ob ich diesen comedy style in videos anwenden soll ich werde zwar gleich in den videos hier schon ein bisschen gemacht haben da wisst ihr aber ungefähr was euch auf euch zukommt sage ich jetzt mal also ich werde in den videos jetzt in dem video jetzt hier schon ein bisschen den comedy style sozusagen angewendet haben da wisst ihr was ich damit meine könnte es mir auch schön in die kommentare schreiben teilweise nehme ich ihn hops teilweise nimmt er mich in der kiste am spawn ist iron ok gut zu wissen ja wie lang geht diese runde noch junge der typ der wird doch jetzt eh down gehen weil er alle von ihm hops genommen werdet kann es sein dass der einzige dass ich gerade der einzige bin der irgendwas kreist digga ich habe 39 kills die könnte mich alle mal ja mein freund helft doch mal ah ah i understand ich verstehe ich verstehe ich verstehe ich verstehe jungen super in der kiste ist eisen ich mache glaube ich hier einen kleinen cut und zeige euch dann einfach am ende ob ich gewonnen oder verloren habe weil das video geht jetzt schon lang genug zwei Stunden später so den ersten korps habe ich jetzt auf jeden Fall abgebaut 2.000 Jahre später so da hätten wir die runde jetzt auch gewonnen also wenn meine mates ist nein 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 ggwp da hätten wir jetzt auch gewonnen ihr seht es 21 minuten und 61 kills also wenn das nicht ein like und ein abo wert ist wo ich sagen seht uns beim nächsten äh beim nächsten video bis zum nächsten mal haut rein und ciao